Solange schon glücklich verheiratet Wie bitte, die beiden sind bereits so lange verheiratet? Jana Ina, 44, und Giovanni Zarella, 43, feiern bereits ihren 16. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass macht die Moderatorin ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung. Jana Ina Zarella, Liebe meines Lebens Sie strahlen um die Wette in die Kamera und wirken, wie ein frisch verliebtes Ehepaar. Doch der Eindruck täuscht, seit 16 Jahren bin ich nun Frau Zarella. Und das ist erst der Anfang einer echten Love Story, schreibt die Moderatorin zu zwei Bildern des Paares. Zusätzlich veröffentlicht sie noch ihr Ehegelübde und versieht den Text unter anderem mit dem Hashtag Liebe meines Lebens. Das Paar gab sich am 3. September 2005 das Jahrwort in der St. Matthäuskirche in Bad Sobernheim, an der Nahe. Wenige Tage zuvor fand die standesamtliche Trauung statt. Anlässlich ihrer Hochzeit gab es damals bei Tafi Dokusopius Gmerit, frisch verheiratet, in der der Alltag der Zarellas in zehn Folgen wöchentlich ausgestrahlt wurde. Die beiden haben mittlerweile zwei Kinder, Gabriel Bruno, 13, und eine Tochter, 8. Den Nachwuchs hält das Paar größtenteils aus der Öffentlichkeit raus, doch sie unterstützen auch die Karrierepläne ihres Sohnes Mannes. Der 13-Jährige möchte nämlich mit YouTube-Videos durchstarten. Den Nachwuchs sind die Top-Set Tes Carter, 15, und die auferns Seite.